Einer hat geschrieben, Sefiraum bringt das mal bei dir. Was? Ja. Was nochmal? Das hat einer geschrieben, du solltest es bei dir bringen, in meine Kommentare. Scheiße. Ja, weil du kommentiert bist. Achso, übrigens, hey. Hi. Hi, hi, hi. Juhu. And welcome. And welcome. Back. Hi. Elliot. And Carla. Oh shit, alter. Direkt so ein Start, ey. Meine Fresse. Rotom Pro. Da lebe ich mal mit einem Elektro-Pokémon und da haben wir instant zwei Boden- und ein Pflanzen-Pokémon, ey. Ne, fuck. Ist halt echt eine riesige Turnfonds eigentlich. Oh shit, warte mal. Hat Kimimaro... Ne, Blitzfänger hat Rihorn. Also, ich glaube, Knogger kann das auch haben, oder? Echt? Ich meine schon. Ja, aber ich spiel's nicht, keine Sorge. Okay. Also, das kann ich von wegnehmen, ja. Okay, okay, okay. Wuxi, was denn? Och, ist das dann... Ja, Lucha. Jawoll. Das Ding kassiert richtig. Dicks 1-9. Dafür bekommt ihr den Drop. Wuxi, Wuxi, Wuxi. So, Elliot sagt euch Tschüss, weil Elliot hat keine Lust mehr. Der geht jetzt. Alles klar. Und reinkommt er. Überberissen. Dann hab ich doch das Richtige gemacht. Was? BIM! Was? Oh, damn. Lucha, du bist schneller, du bist schneller, du weißt Bescheid. Okay. Ich würde sagen... Demere! Demere! Das ist echt ein bisschen mies, ne, Jungs? Wir cutten das Ding jetzt mal kaputter, wie das... Hast du einen Ice Punch auf Kimimaro, oder? Ja, dann geh mal weg auf Kimimaro. Wer weiß? Giganto Armo! Ihr seid auf Giganto Armo! Ich hoffe, es hat hier... Du Nota, Alter, was soll das? Ach, Walschall, shit. GUMU, GUMU, NOO! GUMU, GUMU, NOO! Das Ding wird eklig. Das Ding wird eklig. Was? Ein Swaggy Boy. Yo, yo, Justin, greif mich mal an mit deinem Blättersturm, bitte. Alles klar, weiß ich. Ja, genau. Alter, der macht einen noch vegan hier. Vegetarier. Ja, ja. Schnittlauch! Schnittlauch! Passt mal auf, Alter. Schnittlauch! Wie viel Lauf hat er? Easy. Ja, da muss ich mal ganz kurz kalken, Jungs. Da muss ich gar nichts kalken, Alter. Wo ist man kalken? Warte kurz. Jo, ich wollte nur angemerkt haben, Slymog kann auch fluchen, ne? Und Schnittlauch kann schwer tanzen, so. Ist okay. Digga, seriously? Dein Ernst? Der ist unreal, der Schaden. Lol. Du weißt schon, dass das resistet wird. Du bist auf minus vier und Slymog ist eines der krass defensivsten speziellen Pokémon. Will ich einfach mal so gesagt haben. Stachler-Damage oder so gewesen. Ja, was soll ich denn machen? Soll ich hab so scheiß Slyfe und Gern? Jo, wie wär's mit rauswechseln oder so? Och, man kann wechseln. Digga, für einen Kaffee. Wurzel weg, Jungs. Wechseln, irgendwas, was diese hässlichen Fika ihr besiegt, die wir eh nicht kaputt kriegen. Hä, du hast gerade einen Schwerthans gedrückt. Sei ruhig, Digga. Pssst. Der Wichser. Der Wichser. Jo, Leute, ich will nur gesagt haben, Slymog ist ein speziell defensives Biest und er flucht sich gerade hoch und steigert seine physische durch. Ja, dann laber doch mal weiter. Ich will nicht sagen, wer da noch flucht. Ja, wollte ich das sagen. Ey, ich bin nur ein Purple. Ja, mit Ebolid und alles. Ja, ich bin auch Purple, siehst du doch. Alles, alles, alles. Kein Problem. Hab ich kein Problem. Okay, Cut geht raus. Wow. Wow. Was machst du jetzt? Alter, der hat nicht mal einen Spitznamen. Fuck, nee, Zohn. Ja. Lefion, es tut mir leid. No. Ivan. Oh. Hä, hast du mit einem KP überlebt? Kein Fokus-Sash, aber vergiftet, Alter. Hast du wirklich mit Ivan? Loll, das macht null. Ey, Leute, seht ihr den Damage von Purple? Das macht einfach null. Well, nothing. Ja, ein Affen, ja. Mal sehen. Und ey, ich will nur, ich will nur sagen, ich bin auf plus zwei Angriff, okay? Also ich hab einen verdoppelten Angriffswert und ich mach so einen Schaden. Ja, sei mal, ich muss kurz überlegen, auf wem von euch beiden nicht geht, ja? Schönen mal. Ich muss auch mal kurz überlegen, ey. Jetzt weiß ich ganz genau, was ich mach und überlege. Oh, Digga. Ich hab gehört, Erdbeben. Oh, Feierabend, Leute. Feierabend, jetzt wird ernst gemacht. Ey, wenn mein Album kommt, dann ist Feierabend. Ich weiß nicht. Oh, Schaubrohrt, Erdbeben und so ein Rassein. Oh, Feierabend. Jo, Leute, ist vorbei, Mann. Purple kriegt einen Anfall jetzt. Ist alles vorbei. Ein Boot-Anfall? Alles vorbei, jetzt. Oh, das Ding kommt richtig. Derp. 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 Derpy derp derp. Nur lustig, dass die Hälfte meine Moves resistet. Das ist nicht geil. Okay, jetzt kommt's. Ah, der Slimog ist schon OP. Ah, fuck it. Ey, das heftig jetzt. Hast du zwei oder ein Fluch rausgehauen? Slimog hat einen Ice Punch, oder? Ja, was soll ich denn machen? Komm, wir machen die Robustheit hier kaputt, ja? Wauw, komm mal auf mich. Ich hab nur noch ein Pokémon. Ja, aber ich muss Sicherheitszeiten machen. Willkommen im Club, Alter. Willkommen im Club. Okay, so. Jawoll. Ich kann dich gar nicht eingreifen mit Wutanfall. Nur dass du da Bescheid weißt. Das ist ja random worauf er auf den Zweiten geht. Ich kann das nicht auswählen auf wen ich geh. Kein Problem. Kein Thema Bruder. Kein Thema. Wie gehts Carla? Ich rieche nice Punch und Blättersturm. Weißt was ich rieche? Ich blitze! Digga! Ich wär nicht auf dich gegangen. Nein, gar nicht! Ich wär mit dem Blättersturm auf Regi gegangen. Oh, da kommt ein Knock-off. Jetzt ohne Spaß. Da kommt ein Knock-off, ey. Fress mal den plus zwei Wutanfall, Bro. Easy peasy, man. Du machst doch eh null. Das ist ja mehr als ich gedacht habe. Robustheit wieder voll. Ich wär auf fucking Regi gegangen, du Tro... Halt die Klappe, ey. Nein, jetzt ohne Spaß. Es gibt eine Person, die drei Pokémon hat. Pssst. Pssst, da ist alles gut. Alles gut. Ja, lol. Ihr habt alle... Ich hab ein Elektro-Pokémon und ihr habt gerade alle Don... Äh... Äh... Boden-Pokémon drin. Ja, nice, ne? Guck mal, das ist dein Trick. Du willst nur die Boden-Pokémon loswerden. Und dann... Klatsch! Ja, ihr habt ja alle drei Boden-Pokémon. Wie... Wie woll' ich euch loswerden? Ja, deswegen willst du erstmal loswerden, ne? Ich glaub, Justin hat einen richtigen Hass auf mich. Also ich kann jetzt Purple rausnehmen, oder das Knöcker. Aber ich glaub, Justin hat einen richtigen Hass drauf. Nein, ich hab keinen Hass auf mich. Ich will erstmal die anderen... Digga, wir müssen auf Seelfie gehen, du Trottel. So viel darfst du, du ein Dreißiger! Hahaha! Du Wichs-Gesicht! Du Wichs-Gesicht! Oh... Warum nimmst du nicht... Ah, warte mal... Riggi... Wie viel hat noch Riggi... Wie viel Pokémon hat noch Riggi? Nimm das eh alle raus, oder? Ich glaub, dann hat noch eins. Alle draußen! Soll ich nicht viel rausnehmen? Das war der richtige Play! Ja... Oh Gott, ey... Shit! Yo, das Ding ist garf, ne? Muss ich nur nochmal angemerkt haben. Ja, ne, ne, ne. Digga's B? Nein, nein, nein. Nein, hör nicht auf ihn. Hör nicht auf ihn. Nein. Nein, das ist nicht Ska. Ich sag mal so wie es nicht. Das ist okay. Ja, ja. I won the Onyx! Ach scheiße, der hat doch Pokémon! LOL! Ja, jetzt hab ich doch, ja. Oh nein! Oh nein, nein! I won the Onyx! Alter, what the fuck! Oh man, ey. Ja, Silo wird eh auf mich gehen. Wäre Entscheidung, was ich sagen. Yo, eh, please mal nicht hausbruchen und surfen! Wär geil! Jo, ich würd's sagen, mach mal den Play, wa? Ich muss! Ich muss! Das war klar. Alter, du Penner, ey! Oh! Jo, nice ein Crit auf mich. Nice! Ey, Digga! Wie kannst du Elliot ... Eisbär! NAAA! Glaub ich einfach nicht, ey! Ich bin auch von Erdbeben gegangen, ihr Schotten. Glaube ich euch nicht, ne? Gadjil! Gadjirigun! Das ist ein getarntes Ding. Jo, ihr killt mich beide, ne? Erdbeben, Surfer, tötet beides so. Oder Eissplitter hier. Ja, das Ding ist aber einfach. Hätte ich ja gewonnen. Ist einfach das Ding, ne? Soll er gewonnen haben. Warum gehst du auf Erdbeben? Ach du bist gelockt? Ja, das ist ich ja. Und es ist easy, Stromstoß oder so und du wirst weg. Aber das Ding ist halt... Ja, aber ich hab eigentlich schon auf dich gedrückt. Ja, es wär schon klar! Jo, ne? So viel zum gesgavten Diggas, wie was alle ignoriert haben. Wisst ihr, ich mach mir immer die Mühe und assess die Threat für euch und dann passiert sowas, ey. Das wievielte Battle... Das wievielte Battle hat jetzt Zyolo gewonnen, ey? Mir musst du's nicht sagen. Das war das zweite, glaube ich. Das zweite. Damn, son. Alle haben gewonnen, außer ich. Ja, nice. Find ich richtig cool von euch, Leute. Ja, dann wissen wir ja, wer jeder jetzt gehört. Ihr Wichser, ey. Ein gut gespielt, Riege. Haben wir gut gemacht. Ja. Ja. Vielen Dank.